Ich bin kein Fan der Grünen Partei, bin ich nie gewesen, werde ich auch nie sein. Allerdings fordere ich im Gegensatz zu anderen hier nicht einfach den Rücktritt eines Politikers, nur weil seine Partei einen durchaus kruden Parteitagsbeschluss gefasst hat. Das habe ich bei Fischer nicht getan, das habe ich bei Trittin nicht getan, das habe ich bei Habeck und bei Paus auch nicht getan und selbst bei Außenministerin Annalena Baerbock habe ich das nicht getan. Denn alle diese Personen sind für ihre Aussagen selbst verantwortlich und nicht ihre Partei. Daher wird dieses Video letztendlich doch irgendwo ein Novum sein, denn nach dem desolaten Auftritt von Außenministerin Annalena Baerbock bei den Tagesthemen gestern Abend ist diese Frau als Außenministerin einfach nicht mehr tragbar. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen News-Küche. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ja, die meisten wissen es, wenn es dieser Pulli hier ist, dann geht es um die Grünen. In diesem speziellen Fall geht es nicht um die Grünen als Partei, sondern es geht um Annalena Baerbock. Und ja, ha, ha, ha und hi, 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 man kann sich über Annalena Baerbock und ihre Fehler, sei es der Kobold oder sei es der Bacon of Hope, kann man sich durchaus lustig machen. Aber wenn eine Außenministerin nun sich anschickt, nach Israel zu reisen, um dort eine Eskalation weitestgehend irgendwie zu verhindern und man sieht, wie sie dort abgewatscht wird, ja, dann sollte man sich wirklich so langsam mal anfangen, Gedanken zu machen. Denn jeder von euch, der die Nachrichten in den letzten Tagen verfolgt hat, der wird mitbekommen haben, dass Außenministerin Annalena Baerbock sich halt anschickte, also die, die aus dem Völkerrecht stammende, sich anschickte, in Israel ein wenig auf Premierminister Benjamin Netanyahu einzuwirken. Nach dem erfolglosen Angriff des Irans auf Israel bereitet Israel wiederum nun einen Gegenschlag vor. Und Annalena Baerbock, ja, die sagte, dass das Völkerrecht, zwar die Selbstverteidigung kenne, aber ja, keine Kategorie wie Vergeltung inne hätte. Aber dem widersprachen unter anderem die Professoren Wolf Heinschel von Heineck von der Europa-Universität in Frankfurt und Matthias Herdegen von der Universität in Bonn. Beides renommierte Völkerrechtler. Denn solange ein Staat, egal wo, mit Angriffen zu rechnen habe, solange greife auch das Selbstverteidigungsrecht eben jenen Staates, um den angreifenden Staat davon abzuhalten, weitere Angriffe auf das eigene Territorium folgen lassen zu können. Annalena Baerbock reiste also mit durchaus schlechten Karten nach Israel. Sie war halt stets bemüht und immerhin gab es einige gute Bilder für ihren Instagram-Account. Und da ich meistens auch Nachrichten auf X verfolge, musste ich auch immer wieder schauen, ob ich nicht zufälligerweise auf dem Parodie-Account von Annalena Baerbock gelandet bin, weil teilweise ist es mir auch schon passiert, dass das, was auf dem Parodie-Account geschrieben worden ist, ich wirklich für bare Münze genommen habe und mir gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Bis ich dann gesehen habe, gut, es handelt sich wirklich um den Parodie-Account. Aber wenn man schon einmal so weit ist, dass man sich vorstellen kann, dass das, was auf einem Parodie-Account eines Politikers geschrieben steht, dass das der Wahrheit entsprechen könnte, dann steht es mit diesem Politiker nicht wirklich gut bestellt. Wie auch immer, seit dem Ampelantritt hat Deutschland auf der weltpolitischen Bühne eigentlich nicht mehr wirklich so viel zu sagen. Also eigentlich auch schon seit Außenminister Heiko Maas. Wer sich von euch daran erinnern kann, der hat ja damals 2018 schon, also vor sechs Jahren, den damaligen Präsidenten Donald Trump bei der UN-Vollversammlung ausgelacht, als Donald Trump Deutschland davor gewarnt hatte, entschuldigt hatte, sich zu sehr vom russischen Gas abhängig zu machen. Ja, letztendlich hat Donald Trump wohl in dieserlei Hinsicht recht gehabt. Aber Heiko Maas als Außenminister ist Geschichte und ich habe ehrlich gesagt gedacht, schlimmer als Heiko Maas kann es eigentlich nicht mehr werden. Und dann kam Annalena Baerbock. Denn wenn man sich einmal umschaut, wie Olaf Scholz, unser Bundeskanzler in China, empfangen worden ist, also sprich von der zweiten Bürgermeisterin dort, und im Grunde auch, wie Annalena Baerbock nun in Israel bei Premierminister Benjamin Netanyahu abgeblitzt ist. Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es da noch mehr Belege und Beweise dafür geben soll, dass Deutschland überhaupt keine Rolle mehr auf dem internationalen Parkett spielt. Naja, wie gesagt, also Benjamin Netanyahu, der liest dann auch Außenministerin Annalena Baerbock zwar diplomatisch, aber trotz alledem wirklich abblitzen. Und zwar mit folgenden Worten. Sie haben auch alle möglichen Vorschläge und Ratschläge, sagte er zu Beginn einer anschließenden Kabinettssitzung. Ich schätze das, aber ich möchte klarstellen, dass wir unsere Entscheidungen selbst treffen werden. Der Staat Israel wird alles Notwendige tun, um sich selbst zu verteidigen. Ja, und sichtlich frustriert und gegebenenfalls auch ein bisschen desillusioniert trat Außenministerin Annalena Baerbock dann die Heimreise an. Ja, und hier in Deutschland angekommen, gab sie den Tagesthemen dann auch ein Interview. Und als ich dieses Interview gesehen habe, habe ich gedacht, das kann einfach nicht mehr wahr sein. Also entweder ist da in dem Moment der Teleprompter ausgefallen oder sonst irgendwie was Vergleichbares. Und wenn man sich das auf X heute anschaut und die Zusammenfassung, also es ist wirklich dann nur die Zusammenfassung der Aussagen, die Baerbock dort getroffen hat, da muss man sich wirklich überlegen, ist das jetzt der Satire-Account oder hat der Nutzer Snicklink, heißt er, da irgendwie wieder ein KI-Video eingestellt oder sonst irgendwas Vergleichbares. Weil das, was da zu sehen ist, das ist, und es tut mir leid, es so sagen zu müssen, einer Außenministerin Deutschlands völlig unwürdig. Es ist absolut unwürdig. Und ja, hier einmal, wie gesagt, der Zusammenschnitt des gesamten Interviews. Das war ein präsidenzloser Angriff, direkt aus dem Iran. Israel hat also einen Defensieg erringen können mit seinen Partnern gemeinsam. Iran ist bereits das am meisten sanktionierte Sanktionsregime. Sie haben in Ihrem Beitrag ja auch deutlich gemacht, auf unterschiedlichen Arten. Ich möchte deutlich machen, Massenvernichtungsregime, wo auch die Revolutionsgarden bereits gelistet sind, weil dieser Angriff, der war präsidenzlos. Das wurde nach dem 9. September, damals bei den Angriffen auf die USA, geschaffen, das Existenzrecht von Israel nicht nur rhetorisch zu bewerten, sondern sie haben einen direkten Angriff auf Israel gestartet. Der konnte nur vereitelt werden, weil andere Partner in der Region mit eingestritten sind. Und ja, wie ich es auch am Anfang des Videos jetzt gesagt hatte, also Sachen wie, ja, Kobold, ne, hier, ne, und la la, und Bacon of Hope und was weiß ich, was da noch alles war, das sind vielleicht alles ganz lustige Sachen. Aber wenn man als Außenministerin nicht weiß, dass 9-11 die US-amerikanische Aussprache für den 11. September ist und sich da hinstellt und irgendwas vom 9. September faselt und da überhaupt keinen Plan von hat und ja, die ganzen Versprecher, die innerhalb eines fünfminütigen Interviews da gekommen sind, ich bin auch nervös, wenn ich vor der Kamera stehe und ich verhaspel mich hier auch und ich habe hier auch Schnitte in meinen Videos drin. Das ist alles völlig okay. Aber wenn das, was Außenministerin Annalena Baerbock dort in diesem Interview bei den Tagesthemen gesagt hat, wenn sie so auf internationalem Parkett auftritt, dann ist diese Frau für diesen Job völlig ungeeignet und sollte am besten einfach ihr Amt niederlegen. Und damit danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch, trotz dieser Nachricht vielleicht auch, einen wirklich tollen Tag, beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8.000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schneiden und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.